yo leute ich musste gerade die letzte mission noch mal neu machen das nehme ich mal als testvideo noch mal auf meinem tech experience kanal und ja wir fahren jetzt anscheinend zur nächsten mission endlich geht es weiter weil wir haben direkt bei der hütte da eine mission dann immer wie es weitergeht nachdem wir die bude da hoch gejagt haben ich nehme mich immer an mit speichern wird das hier nix deswegen habe ich wohl auch ja dummerweise automatisches speichern hatte ich ausgehabt und da ich dann nicht mehr hierher bin deswegen musste ich das noch mal machen die letzten beiden missionen ich habe versucht trevor ich habe versucht komm her auf hier bitte ich werde dich nicht ich habe versucht ich weiß ich weiß ich dachte du sagst du wirst mich nicht zu spät ich dachte du sagst du sagst michael Townley es gibt zwei michael Townleys leben in ls eins ist 83 und der andere ist in Kindergarten ich habe eine Lehrerin ich habe ihn auf dem Telefon einfach zu sein aber sie schreckend zu callen die cops ich bin kein Molester trevor shut up bevor ich mich du all right ich habe noch etwas anderes ich habe nach dem Telefon ich habe michael gesanta ich habe michael gesanta bei der right age married mit zwei Kindern was ist seine Frau name amanda amanda yeah you're a genius you moron come on come here der typ ist voll drauf we're going to los santos are we not you me and wade what about me your ceo of trevor phillips enterprises find us some business so that we can make some money and tidy my shit up total blutiges shirt jedem auch im arm ne nach der action eben da muss und einem auch tony montana hatten euch noch nicht genug kugeln oder so gleich in die nächste mission das habe ich mir gedacht auf dem ding kann er nicht mitfahren gerade ja mit dem golf klippen rumheizen das ist irgendwie auch nicht so ne brauchen einen wagen so viel steht mal fest steigt doch ein da macht was ich denke dass man zu regnen cool steht auch keine karre rum hier ne man da geht ja gut los in dieser folge erst mal dick gewitter ok kann man ja mal machen kurzen prozess der wagen wird mir hier ist sowieso warm wie sau da gibt es gleich frische luft hier durch die windschutzscheibe mit dem loch da drin oh los steig ein du pappeneimer oh ich habe die cops am hals auch vielleicht gerade nicht so die beste idee das eben so zu machen geben wir uns halt noch mal ne runde auf die floh oh ja Okay. Oh je. Oh je. Ha, aber geschafft. Okay. Wo die Karre Solarmes hier. Die Mittag geht aber ganz gut ab hier, wa? Junge Junge. All the more reason to drop by. Okay. Um... That might be nice, but where are we stopping along the way? For fuck's sakes. Another chapter of the Lost descended on this fine town. Looking to mourn and maybe revenge their death. I was thinking me and you could pay our respects. Trevor, I don't think we'd be welcome there. I mean, what do you want to, well, take them on their way to begin with? Three. That's a beautiful way of bringing hope together, Wade. Just you wait. And besides, the breath of the gifts. Jumping eyes, black flowers, or okay, shut up. Then we'll just go there. Hmm, a horse. Or something like that. Oh yeah. That's also an action here. Motherfuckers. I got you getting bombed and got a pistol with a king and make you quiet on it. Yeah, I took them. Those are my gifts for these pricks. Are you there? I'm looking at this. It's not going to be detected, right? Hmm. Mhm. Ich sollte mich dabei vielleicht nicht erwischen lassen. Gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen. Komm, lauf um die Ecke, selbst sehen wir uns doch hier. Schnell ich mal rüber. Aber weit so gut. Was? Knappe Sache hier, aber klappt wohl. Wer ist das? Nichts wie ein Feuerwerk. Lass mich nochmal schnell weg hier. Das war nämlich verdammt knapp gerade. Lass mich mal gucken, ob ich die letzte noch kriege. Wenn wir schon so weit gekommen sind, dann würde ich das nicht nochmal machen. Ich hoffe hier einfach mal Kackengreis drüber. Kann schon funktionieren. Mit Geh ausführen. Oh, ich gehe erstmal ein bisschen weiter weg hier würde ich sagen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ich bin genau. Oh, ja, ich bin genau. Oh, ja. This is the maniac. Why's the brothers? They won't go! Go, 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 go! Man down a lot. Oh, wo läufst du hin? Schon haben wir das erledigt, ja. Das lief gut. Ich erinnere mich an ganz andere Geschichten, wo ich das das erste Mal gespielt habe. Da war das verdammt schwer. Zeit, um den Weg zu treffen, Wadey. Los Santos, hier kommen wir. Oh, dann holen wir mal ab hier. Ich hörte einen Bange und schreie, aber ich habe nicht den Mannschaften gemacht. Ja, es ging gut, Wade. Wir müssen nicht mehr über die Erlösung über die Erlösung über die Erlösung. Lass uns mal meinen alten Mann finden. Herr Michael Townley, ich habe dich alle richtig gut gefangen. Ich habe einfach mal The Lost aufgemischt. Na ja, gut. Wir beginnen zu fangen die Fragen zu verantworten. Wer ist dieser Mann, mit meinen Mannschaften-Tierred-Ass-Movie-Quotes? Mit meinen Mannschaften-Alias? Mit meinen Mannschaften-Alias? Mit meinen Mannschaften-Familie? Mit einem Haus, die ich für mich mit meinen Mannschaften-Tierrennungen verholt habe? Mit meinen Mannschaften-Alias? Wow, das ist ein echtes Mannschaft. Ja? Ich zeige dir einen Mannschaften-Familie. Ich stehe meinen Mannschaften in deine Augen, das wird aus deiner Ecke kommen, hm? H-h-h-h-h, ich meine nichts, Baga, Tee? Trevor? Lube auf deine Augen, Hohle-Familie! Denn ich werde deinen kleinen Mannschaften-Familie, hm? Ich bin ein Mannschaften-Familie bereit, dich in einen Roadkill. Wagen wechseln, hm? Ja, super! Dann sind wir schneller unterwegs, hier? Woh! Ah, mein Schein! Wagen wechseln, ja? Ich will nur mit Wade. Oh, scheiße! Sind wir noch nicht da? Nein, Wade! Sind wir noch nicht da? Oh, nein! Du kommst nicht da! Nämlich noch nicht WATCH! Can you tell me a story? No, Wade. Das ist mein Ding, man! You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. Oh, shit. You hear what? Oh, dammit. I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral. Hey, hey, how about this? I'll tell you a story. If you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story is about a boy called Trishids. Tr-Tr-Trisha. Is Trisha a boy name? It doesn't matter. God weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay, this boy, he had all the talent, charisma and guile that a boy could have. But he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. No, he's just not going to get it. He's still on the road, he's still on the road. He did it. He's still on the road. But it's cold. He accidentally had a stick jammed up his ass. What could he do? He's still on the road. 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 Hey! Aww. That's it. That giant sprawl. What could he do here? 3er BMW and then 5er? Probably, right? So, this is Ross Santos. Sport edition, yeah. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert? It's still Shanghai Andreas. Best part of the state. awi 5 First of all, For the air pumping Caron yeah. So Michael this is where dead men come back to life It's been nearly ten years But you'll keep for another day or so an old friend you mother fucking fuck I grieved for you You weren't even fucking dead You were my best friend Well guess who's coming to shit on your doorstep you fuck Jetzt geht's weiter noch mal Oh, jetzt haben wir noch mal ein Stück Los Santos, the city of shitheads Where else would he be? Floyd's over in Vifuchi Beach Will you tell me the story? About that boy, Tricia? Ah, yeah, where were we? You were saying what he could do He couldn't throw And his coach had a Oh yeah Had a stick accident like I had once Right, right But he could fly planes this kid So he signed up to the air force to fly all day long And bomb villages and maybe just maybe drop the nuke And it was all going well until one day, just before he got his wings Oh yeah Oh shit Oh, the police are in the house, super We can't go there with the cops on us, can we? I don't know what happened Heard Beideh'n! 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 Ja, das werden die Cops halt noch loswerden. Beideh'n auf so'n Grundstück mal hier so'n bisschen... Verstecken. Ja. Schon haben wir's. Es war! Es hat ihn in die tiefen Pid-doubt und despaar. Und dann, als er hit rock bottom, er hat ein fat, silver-tongued Troll under a bridge. Das ist cool. Was der Trolls' Name? Michael. A Lady Troll? Er hat tits, aber... No, er war ein Juni. Michel ist ein Juni für ein Juni. Er war ein Juni. Er war ein Juni. Er wurde unter eis Brin und robbte... ...und robbig niemand, der ihn überrascht hat. Manchmal geht er in die Stadt und robbt die Schöne und innen und so. Und er hat uns zufrieden, dass er vielleicht die Menschen auch robben sollte. Eieieieieieieiei, das dauert hier. Littliche Trisha hat die Leute, und Littliche Trisha... Jetzt die H5 ist ganz schön groß, anscheinend. Oh, oh, we're near Willacap. I see it on I-Find-Maps. I'll give you directions. I turn right here. Now keep going. This is the place. I think it is at least. Floyd! Floyd! Come up here, Trevor! Yo, yo, we're coming. We're coming. Always with the calm. Who? Wade, your cousin! Who? Mark, he's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you, Wade. I heard she was off smoking meth somewhere. No, not somewhere here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's had a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. That was never approved. You gotta go. Both of you. My girlfriend? She'd kill me if she knew I had guests. It's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait. I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. Alright. Okay. Fuck. Jo. Das wird glaube ich unser nächster Speicherort erstmal werden, oder? Ja, in der Tat. Dann speichern mal. Und dann sage ich, ja, bestanden. Bis zum nächsten Mal, ne? Wenn's wieder heißt GTA 5.